Musik Du reist durch eine andere Dimension. Eine Dimension, die nicht nur von Freaks und Geeks, sondern auch von einem Zwerg namens Carlos bewohnt wird. Es ist eine Reise zum Hunibärchenhaus in der Lollipopstraße, wo die Grenzen nur durch die eigene geistige Gesundheit gesetzt werden. Dort vorn ist ein Schild, auf dem steht Begleiche deine Schulden oder du kannst deinen Beinen auf Wiedersehen sagen. Das Leben hat für jeden von uns von allem etwas. Ein paar nette Überraschungen, tragische Verluste, neue Freunde, Verrat. Wünschen wir uns nicht alle, wir könnten noch einmal zurückgehen, um alte Fehler, die wir gemacht haben, auszubügeln. Aber was, wenn der Mann, der diese Chance bekommt, ein soziopathischer, kleptomanischer, nichtsnutziger Vollidiot ist? Alter, mach recht, er kommt nie aus seinem Zimmer. Ich hab ihn die letzten sechs Monate nicht gesehen. Ich weiß nicht mal mehr, wie sein Gesicht aussieht. Ha, er kommt nicht mal raus, wenn er aufs Klo muss? Nein, ich schätze, dafür sind die ganzen Heimer. Äh, ich wette, er ist tot. Nee, er kommuniziert immer noch über Grunzlaute. Grunzlaute? Randall, bitte sag mir, du redest nicht von unserem Hochzeitsgeschenk. Ganz locker, Liebling, wir reden von seinem Mitbewohner. Jep. Außerdem, so wie es aussieht, könnte mein Geschenk gar nicht grunzen. Die moderne Wissenschaft ist immer noch weiter von entfernten Rappen des Schweins zu züchten. Also muss ich mir leider was anderes einfallen lassen, Matt. Entspann dich, Alter, der Gedanke zählt. Jungs, ich will einfach keine Szene auf meiner Hochzeit. Ist das echt zu viel verlangt? Szene? Was meinst du mit Szene? Das weißt du ganz genau. Wir sind lange genug befreundet. Ich hab eine sehr gute Vorstellung davon, was du für eine unvergessliche Erfahrung hältst. Und damit begrüße ich euch recht herzlich hier auf Metal Let's Play. Ich bin's wieder, euer Nitro Küken. Und heute spielen wir Randall's Monday, ein neues Spiel auf Steam von meinem Lieblingspoine-Click-Machern, der Adelic Entertainment. Und wir spielen den guten Randall. Und ich muss jetzt die ganze Zeit schon grinsen, wegen der alten, dass ich vor die Fresse ziehe. So, zum Beispiel, meinst du... Nee, so wie damals, als ich das Gebiss von Matt's Oma auf Ebay gestellt habe. Ja, das würde ich als unvergesslich beschreiben. Das war's und ich würde lügen, wenn ich sage, das wäre nicht lustig gewesen. Aber eins sage ich euch, so was will ich nicht auf meiner Hochzeit. Das wird der wichtigste Tag meines Lebens und ich will nicht, dass ihr ihn ruiniert. Naja, deine Sache. Aber jeder weiß, dass Matt echt romantisch sein kann, wenn er will. Jeder? Wie ist das dann bitte an mir vorbeigegangen? Ach, komm Sally. Ich sag dir fast jeden Tag, wie sehr ich dich liebe. Ich bin super romantisch. Ja, klar. Ich weiß jetzt gar nicht, was romantischer ist, wenn du's rülpst oder mir ein Binär-Code sagst. Nein, er meint sicher, wenn er's in Binär rülpst. Matt gibt in der Hinsicht immer alles. Merkst du daran, dass er fast erstickt, wenn er das macht? Ah ja, übrigens... Ähm... Was trinken wir hier nochmal? Ähm, irgendeine Art Bier, glaub ich. Ja, irgendwie sowas. Ich vermisse die Prognäure. Das waren noch Zeiten. Kein Scheiß! So, wohin geht's denn in die Flitterwochen? Wohin geht's denn in die Flitterwochen? Also, ich find ja Italien so richtig romantisch. Der Big Ben, der Eiffelturm, das Pantheon. Oh, es wär so schön da. Oh, Sally, ich hab dir doch schon gesagt, das ganze Zeug ist in Deutschland. Außer in Deutschland ist immer noch meine erste Wahl. Ich würd sterben, um die Pyramiden zu sehen. Natürlich in Deutschland. Und zieht ihr zwei dann in Mads Wohnung? Und? Zieht ihr zwei dann in Mads Wohnung? Ja. Genau, das war der Plan. Aber ich seh mich schon nach einer 9, bleibe um. Was? Du willst ausziehen? Ach komm schon, meine Ma hat uns gerade den Herdomatic 9000 besorgt. Das versteh ich jetzt echt nicht. Ich verschwinde mal eben. Bringst du uns noch zwei Bier auf dem Rückweg mit, Schatz? Noch mehr Alkohol? Damit du noch heißer aussiehst. Boah. Ich verspreche mir einfach, dass du dieses Mal nicht kotzt. Hey, komm schon. Wie soll er das versprechen? Sally, wir werden heiraten. Du musst mir einfach vertrauen. Davon abgesehen, ich halte nichts mehr vom Kotzen. Fühlt sich irgendwie nach Abzocke an, weißt du? Ich mein, das, was da aus mir rauskommt, hab ich schließlich bezahlt. Okay, es ist einfach... Also ich dachte, wir machen zur Feier des Tages etwas romantischeres. Äh... Weißt du, was echt romantisch wäre? Lass mich raten. Die nächste Runde... Sally, wieso? Kennst du mich nur so gut? Alter, sieh dir das mal an. Das ist der Ring, den ich für Sally besorgt hab. Was hältst du davon? Sieht auf jeden Fall teuer aus. Ja. Ist ja deine Kohle. Das ist das Beste dran. Hat mich nur ein Dorito gekostet. Bullshit, Matt. Wenn du den geklaut hast, kannst du es mir sagen. Ich nehm mir auch manchmal Sachen, die mir nicht gehören. Ich weiß, jeder weiß das. Aber ich hab ihn nicht geklaut, Alter. Ich hab ihn von dem Penner, der in meiner Gegend lebt. Dann würde ich sagen, der mag dich. Das war echt seltsam. Der Typ war verrückt, sag ich dir. Hat nicht aufgehört davon zu reden, wie der Ring sein Leben ruiniert hat. Meinte er sei verflucht und würde die Welt vernichten. Vielleicht meint er das als ne Art Metapher. Alter, du hast ihm einfach ein paar Doritos gegeben und er dir dafür den Ring? Äh... Der mag dich definitiv. Mann, Randall, der Punkt ist, ich hab ihn dann zu einem anderen Kerl gebracht. Und der meinte, das ist 780,563 karätiges Gold. Und irgendwie ist das Ding auch noch Saphir, Rubin, Smaragd beschichtet. Glas schneiden, Autoskort schließen, kannst du auch... Echt jetzt? Geil ich mal an? Alter, du bist mein bester Freund. Deswegen bist du ja hier. Aber nie im Leben lass ich diesen Ring in die Nähe deiner kleptomanischen Pfoten. Das mit dem Robotaschenrechner-Zwischenfall wirst du mir ewig vorhalten, oder? Wir waren doch noch Kinder. Nein, ich will nicht, dass jemand diesen Ring anfasst. Ist ja gut. Ich bin sicher, sie wird ihn lieben. Sieht echt schick aus. Schick? Schick? Dieser Ring ist besser als schick. Er ist fantastisch. Er ist der wundervollste Ring der Welt. Je länger ich ihn ansehe, desto eher möchte ich ihn ganz für mich. Was willst du ganz für dich? Oh, äh, dich mein Schatz. Nur dich. Oh, naja. Hier hätten wir es, Jungs. Letzte Runde. Oh Gott. Oh Gott. Keine Sorge, Liebling. Der Freak ist tot. Junge Vater sind die nicht. Ähm, wo heiratet ihr eigentlich? Ihr erinnert mich an ein paar alkoholkranker Hamster, die... Ähm, nee, wir wollen doch nicht das Gespräch beenden. Ihr erinnert mich an ein paar alkoholkranker Hamster, die ich in meiner Schulzeit hatte. Ihr erinnert mich an ein paar alkoholkranker Hamster, Weißt du noch, Matt? Ich hoffe mal, wir hätten nicht wie diese armen Naga. Alter, mach mir jetzt kein schlechtes Geschissen, weswegen. Ich hab keine Ahnung, wie die in den Ofen geraten sind. Vermutlich waren sie benommen und verwirrt von all dem Stress und Alkohol. Mögen sie in Frieden nur. Wo heiratet ihr eigentlich? Wo heiratet ihr eigentlich? Ich hab's denn, Gilberts wirklich gern, aber Matt hat gehört, die haben einen dreiköpfigen Affen in den Katakomben begraben. Das macht die Kirche irgendwie gruselig. Echt? Oh, jetzt haben wir aber genug für heute. Ich glaub, ich hab genug für heute. Was? Schuss, du solltest es für heute auch gut sein lassen. Ich? Wieso? Matt, ich find's einfach nicht gut, wenn jedes deiner Augen gleichzeitig in eine andere Richtung will. Was? Ich find's einfach nicht gut. Ich bin ehrlich, Matt. Es ist genug für heute. Ich bin okay. Ja, okay. Oh, nee. Oh, wie wiederhle. Oh, toll. Randall, Also, kannst du mal nach ihm sehen? Ich habe keine Lust mehr, noch ein paar Schuhe zu ruinieren. Ich habe dir ja gesagt, du kannst nicht ihm das weil, was seine Mutantenkraft... Klar, die... Ja, komm. Klar. Die abgestandene Luft mit ihrer dezenten Kotznote macht mir eh Kopfschmerzen. Etwas frische Luft mit Kotznote tut mir sicher gut. Ich gehe erst mit dem Alkohol nach der Hochzeit etwas ruhiger an. Oh, klar. Nach ein oder zwei Monaten auf der Hochzeitzeit wird er was Stärkeres brauchen. Join, Matt oder so. Wow, wie awesome ist das denn? Also, das ist ein richtig sehr krasser schwarzer Humor. Das habe ich auch in den Reviews schon gelesen auf Steam. So, das ist die Sally. Ach schon, Randall. Siehe nach, ob er schon die ganze Gasse mit seinen Innereien angemalt hat. Darf ich vorher nach Hause mein Hazmat anzuholen? Okay, was haben wir denn hier? Bilder. Eleni! Oh, die sieht ja hübsch aus, Alter. Fremder. Wüsste nicht, was ich sagen soll. So, ich gucke mich hier erst mal ein bisschen um. Warte. Oh, oh, oh. Oh, ich rommant, hey. Oh, die machen hier aber richtig schön rum. Pater Roy. Was geht, Padre? Wie immer eine echte Stimmungskanone, hm? Das ist aber die etwas andere Version von einem Pater. Charlie. Ich störe lieber nicht. Jedenfalls noch nicht. Okay. Gehen wir mal zu dem Paar und... Ach so, Billiattel. Gehen wir mal zu denen hin. Ich störe mal lieber nicht. Oh, die gehen aber richtig ran, hey. Die nehme ich nicht mit. Aber warum nicht? Die Bilder sind doch cool. So, reden wir noch mit Eleni. Und dann gehen wir mal raus zu dem Guten. Wie geht's, Helene? Viel besser jetzt, wo du hier bist. Du bist schön. Ich bin nämlich hier, um dir zu sagen, dass da ein Geschenk für dich in der Gasse wartet. Ist von Matt. Hörst du das? Das ist dein Geschenk. Oh, na toll. Weiß dein Freund Sponge-Matt nicht, wann er genug hat? Ähm. Matt ist wie dieses grüne Ding aus Ghostbusters. Überall, wo er hingeht, hinterlässt seine Spur aus grünem Schleim. Ist das so? Okay. Aber was anderes. Willst du mal was unternehmen? Was unternehmen? Mit wem? Habt ihr eine neue Bedienung? Ist sie heiß? Hat sie einen Freund? Steht sie? Könnte sie mich im Arm drücken, Flammen? Ähm. Nein, wir haben keine neue. Also? Was dann? Möchtest du vielleicht mal mit mir ausgehen? Boah. Oh, das ist... Ohne Spaß, das Spiel macht mir jetzt schon wieder höllisch Spaß. Äh, ich sitze auf Science Facts. Ähm. Oh, ich... Weißt du, ich glaube nicht, dass ich gerade bereit für eine Beziehung bin. Oh, das ist... Okay, keine Sorge. Ich seh dich dann. Och, Manu. Jetzt hat er gar nicht gesagt, was da dran stand. Ach, schade. Na gut, gucken wir mal nach unseren guten alten Kumpel. Auf die Probation. Auf die société. -Yta- keys. Auf die 90. Auf die 1. Auf die 80. Auf die 100.